Ob Schubläden oder Tischauszüge, für Möbel oder in der Automationstechnik, Teleskopschienen sind überall im Einsatz. Die neue Heavy Duty Serie NT35PHD erweitert die Einsatzbereiche dieser kompakten Baugröße. Die Mittelschiene ist wie die Außenschienen ebenfalls aus Aluminium gefertigt und zudem mit IGLIDUR IC05 beschichtet. Hierdurch kann das Teleskop eine doppelt so hohe Last aufnehmen als der bisherige Standard und die Auszugslänge erweitert sich auf bis zu 1000 mm.